Untertitelung des ZDF für funk, 2017 in ihrem Kampf um Freiheit tragische Verluste hinnehmen Hört mal alle Wir machen eine Schweigeminute in Angedenken der gefallenen unterrischen Genossen Ich finde es jetzt völlig gut Was ist hier los? Ich will wissen, was hier los ist! Es geht um die Schweigeminute, die ihr vor einigen Tagen im Geschichtsunterricht veranstaltet habt Warum habt ihr geschwiegen? Ihr seid jetzt Staatsfeinde Volksbildungsminister Lange Persönlich ist heute unser erst Ich verlange binnen einer Woche die Namen der Redelsführer ansonsten, wenn ihr euer Schweigen nicht brecht wird sich am Ende der Woche diese Klasse schließen Du sagst mir jetzt wer diesen ganzen Kram angezettelt hat Jetzt verdammt doch mal! Du hast dein ganzes Leben noch vor dir gut Du wirst dir nicht wegen sowas deine Zukunft versauen Du hast ihn verraten, du Schind! Wir wollen uns gegeneinander ausspielen, das ist doch klar Hast du mich angelogen, Mama? Gefängt von hier Komm nicht wieder Vielleicht kommst du mit in den Besten und ich will mich nur gleich Doch ich werde ihnen nicht gemeinsam We were es, blabberig ich Michi VER Ich werde Ihnen American Gera Frut Sie Vielen Dank.